hallo und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender video zum matchy checks hier heute mit dem 14 dezember und wir öffnen türchen nummer 14 und ja jetzt kommen erst mal noch die kommentare oder ein kommentar haben wir diesmal und zwar von johannes monst noch mal ich weiß ich soll keinen doppelt grüßen ich habe das gesagt aber mit keiner in die kommentare schreibt dass er grüßt werden möchte dann grüße ich halt noch mal die gleichen dann haben der schreibt nämlich wie immer cooles video grüßt mich bitte lg aus österreich also ich habe hier sogar abonnenten aus österreich richtig cool wo kommt ihr denn alles woher das was habe ich ja noch nie gefragt ich denke mal die meisten kommen aus deutschland dann habe ich glaube ich noch österreich da keine ahnung egal so türchen nummer 14 das ist hier unten öffnen wir das mal und wir haben wieder zwei karten drin und diesmal hier einen vom dosen club und zwar marcel halsten berg von leipzig abwehrspieler abwehr wert 85 angriff wert 57 dann haben wir noch einen marktwert von 8,5 und das ist die karte nummer 175 ja so und dann haben wir hier noch im bundesliga moment und zwar von glattbach patrick hermann mittelfeldspieler abwehrwert von 42 angriff wert von 71 ein marktwert von 5,5 und das ist die karte nummer 243 das waren die zwei karten hier zu türchen nummer 14 ja noch zehn tage dann haben wir heiligabend vielleicht dass ich mir noch was einfallen führt zum heiligabend irgendwie irgendwas verlosen oder keine ahnung aber irgendwas lasse ich mir noch einfallen ja also falls du auch gegrüßt werden willst morgen in dem video dann schreib es in die kommentare sonst gibt es halt keine grüße das ist weniger arbeit für mich kappa ja also ich hoffe dir hat das video gefallen und ordentlich liken 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 ich weiß ihr vergesst das immer wieder ich weiß auch nicht man muss euch immer darauf aufmerksam machen um zu liken und kommentare schreiben ob ja ob es dir gefällt oder nicht aber kein hate kommentar bitte und falls du noch kein abonnent bist und dir mein kanal gefällt will ich mich über einen kostenlosen abo freuen von dir dann sag ich mal bis morgen und ciao